Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu alayhi wa sallam taslima kekhira im Namen Allahs, des Al-Abawas, des Barmherzigen und Allah segne unseren Propheten Muhammad und gebe ihm Heil Mein Name ist Abdullah Frank Bubenheim Ich bin 1952 in Lindau am Bodensee geboren in einer protestantischen Familie aufgewachsen und mit 21 Jahren, also 1973, Muslim geworden und zwar durch eigene Bemühungen das heißt, es war keine bestimmte Person da, die mich zum Islam eingeladen hat Als Jugendlicher hatte ich Zweifel an der christlichen Lehre so wie sie mir dargeboten wurde und deshalb habe ich dann über andere Religionen und Philosophien gelesen bis ich dann zu der Erkenntnis kam dass der Islam die beste Religion ist und besser als ein Leben ohne Religion überhaupt Und damals studierte ich in Tübingen Islamwissenschaften Als ich dann zum Islam übertrat, da konnte ich also schon etwas Arabisch Das hat mir auch geholfen Und ich war damals in einem Studentenkor also wo es die Hauptbeschäftigung ist, Bier zu trinken Und dort wieder zu viel und nach bestimmten Regeln getrunken Das hat bei mir dann aber dazu geführt Also hat bei mir eine immer größere Abneigung dagegen bewährt sodass ich mir schließlich gesagt habe Wenn der Islam den Alkoholgenuss verbietet dann soll mir das schon Grund genug sein Beweggrund genug zum Islam überzutreten und das Trinken ganz aufzugeben Und so war ich es dann der ich nach den Muslimen gesucht habe Das waren dort in Tübingen türkische Gastarbeiter die sich auch gefreut haben dass ich Muslim werden wollte die mir aber nicht viel helfen konnten weil ich nicht türkisch konnte und sie nur wenig Deutsch und keine islamische Bildung hatten Als ich dann eines Tages den arabischen Professor nach der Vorlesung bezüglich einiger Gebetstexte fragte hörte ein anderer deutscher Student diese Fragen und es stellte sich heraus dass auch er ein deutscher Muslim war mit ihm blieb ich dann ein Jahr lang zusammen und nachdem wir erkannt hatten dass wir dort bei den Orientalisten kein ausreichendes Wissen über den Islam über das Wesen des Islams vermittelt bekommen bewarben wir uns an der Islamischen Universität in Medina und wurden auch dort angenommen dort blieb ich dann aber nur eineinhalb Jahre weil die Umstände etwas hart waren die Lebensumstände als Student in dem Studentenwohnheim wo alles noch etwas primitiv war und auch das harte und heiße Klima dort auch die Behandlung der saudischen Angestellten war etwas gegenüber nicht saudis etwas herablassend so kehrte ich erstmal nach Deutschland zurück und setzte dann später also ab 1977 mein Studium in Jordanien fort wozu mir jordanische Bekannte geraten hatten dort fand ich die Umstände günstiger vor allem auch das das Klima ist für Europäer leichter erträglich und die Leute dort freuen sich also über europäische oder westliche Muslime die in ihr Land kommen und behandeln sie zuvorkommender als in Saudi-Arabien auch die Professoren an der Universität dort also waren sehr hilfsbereit und ich hatte den Eindruck dass sie also dort nicht um das Gehalt des Willen unterrichten sondern um den Studenten den Islam näher zu bringen während dieser Zeit habe ich in Jordanien auch geheiratet und nach vier Jahren Studium mit dem Abschluss eines Baccalaureus bin ich dann 1981 nach Deutschland zurück um dort für den Islam zu arbeiten allerdings konnte ich anfangs keine geregelte Arbeit finden und erst 1982 fand ich eine Anstellung am Islamischen Zentrum in Aachen wo ich dann für deutschsprachige Angelegenheiten tätig war also Erledigung der deutschsprachigen Korrespondenz und die Führung von Besuchergruppen und der Verkauf deutscher Literatur und während dieser Zeit gab mir das Zentrum auch den Auftrag eine neue Übersetzung der Bedeutung des Korans in die deutsche Sprache zu schreiben ich sage hier bewusst Übersetzung der Bedeutung weil der Koran selbst nicht übersetzt werden kann nach Definition der muslimischen Religions religionsgelehrten ist der Koran nur in arabischer Sprache und es können nur seine Bedeutungen in eine andere Sprache übersetzt werden und gelten dann nicht als Koran diese neue Übersetzung zeichnet sich dadurch aus dass durch eine größere Wortgenauigkeit und das für soweit möglich für jedes arabische Wort und jeden arabischen Ausdruck im Deutschen jeweils das gleiche das selbe entsprechende deutsche Wort oder das selbe Ausdruck verwendet wird diese Arbeit hat sich über ungefähr 14 Jahre hingezogen mit einigen Unterbrechungen und Zeiträumen weniger intensive Arbeit während dieser Arbeit habe ich mit dem heiligen Text des Islams habe ich also festgestellt und bestätigt bekommen dass der Koran nicht Menschenwort sein kann sondern nur das Wort des allmächtigen Schöpfers und Herrn der Menschen das heißt Wörter und Ausdrücke vorkommen die den Eindruck vermitteln dass sie nur von einem höheren Wesen kommen können und somit ist also an sich verständlich oder erkenntlich dass also keine Übersetzung den Anspruch auf Vollkommenheit erheben kann oder die richtige Übersetzung zu sein daher sollten Muslime bedenken wenn sie gegenüber Muslimen sich auf den Koran berufen und eine der vielen Übersetzungen zitieren dass diese Form von den Muslimen nicht akzeptiert wird und dass die Muslime immer wieder sich auf das arabische Original berufen daher ist es auch unumgänglich dass muslimische Gelehrte Imame und Prediger die arabische Sprache lernen und versuchen sie zu beherrschen was auch wiederum bedeutet dass wie dass die Forderung die von manchen aufgestellt wird in Moscheen solle nur deutsch gesprochen werden nicht erfüllt werden kann ohne ohne der Heiligkeit oder der Würde des Korans und der islamischen Religion Abbruch zu tun dass dies also eine unerfüllbare und absurde Forderung ist B B B B B B B B Vielen Dank.